Oh nein, ich krieg auch ein Mörser ab. Ja, da hast du vielleicht die falsche... Ich lauf schon und... Hier, glaub ich, noch mal warten. Okay, und dann die Seilrutsche da drüben, ne? Ja. Los. Ich hab drei Portex-Punkte erhalten. Das find ich gut, warum? Äh, keine Ahnung. Okay, bin angekommen. Ja, auch, bin hinter dir. Gut. Was macht er denn da? Loll. Links von uns. Okay. Komm schon wieder. Diese Peggy's wollen uns wirklich um jeden Preis entfassen. Zu den Mörser oder soll ich? Uh, Mörser abgehend. Die Deputy, wir schicken dir einen Helikopter, der dich abholt. Halt einfach die Stellung, bis er da ist. Ja, ein Leuchtfeuer. Jede Minute kreuzen. Der Peggy's auf. Oh nein, ich krieg auch Mörser ab. Loll. Ja, da hast du vielleicht in die falsche Richtung gezielt. Oh. Aufpassen ein bisschen. Da schleicht ein Peggy durch den Wald. Von rechts kommt auch einer. Nein. Äh, doch. Von links. Ja, die wohl schon. Links? Ja, schießt auf mich. Au. Okay, erledigt. Okay. Rechts im Wald. Hinter dir. Ja, ich seh ihn. Erledigt. Buh. Scheint noch einer zu kommen. Ja. Fast das große hatte ich noch 30 Sekunden. Dankeschön. Gleichfalls. Buh. Von links. Ja, stand vor mir. Ja, clever. Nach drei. Zwei. Eins. Ich mach nochmal. Okay, okay. Okay. Kannst du dich da schon rappeln? Wo ist der? Wo, 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 wo ist der? Äh, wo ist er denn? Nicht blind? Ah, da drüben. Äh. Kommt er her. Er sitzt drin. Ähm, ich noch nicht. Wo ist er? Warte. Da. Ja, ey, verdammt. Zu dick. Kann die einsteigen? Alles klar. So. Hö. Bin drin. Tüdelü. Und schüss. Noch ein paar Piggis. Jetzt weißt du, womit wir es zu tun haben. Sie nehmen uns gegen unseren Willen mit. Ich weiß, du suchst nach deiner Freundin, aber Falls End ist nur ein Teil der Gemeinde, die unsere Hilfe braucht. Wenn wir erstmal stark genug sind, befreien wir alle Gefangenen. Versprochen. Ich glaube, das haben wir geschafft. Ja. Hm, schön hier. Aber wollte ich mit dir doch noch angehen da, hm? Na ja. Ja, ich gebe dir noch zum Glück Lust auf mich zu sehen. Schickes Gewehr hast du. Dankeschön. Es leuchtet. Ja. Ich glaube, wir sind hier am Landeplatz angekommen. Sehr gut. So, und ausgestiegen. Und jetzt? Ah, Bunker. Kraft. So, dann lass uns mal... Warte, warte, warte. Da drüben ist eine Insel mit einer Kiste. Äh, wo? Dann lässt er immer eben hinschwimmen. Hier liegt ein toten Tier. Grund. Ja, ich komme mit. Schön. Da ist bestimmt was drin. Und ich habe nur neun Schuss noch für mein Scharfschützengewehr. Dann sollten wir da auf jeden Fall hin. Ja, wenn nicht genug gärt. Oh, ne feste. Senf, Schnaps. Toll. Senf und Schnaps. Und ich auch. Und eine Sprengkapsel und Pistolenmunition. Oh Gott. So, zurückschwimmen? Ja. So, da ist nämlich dieses Prepper versteckt. Ja, Prepper. Wir haben ganz viel Money, wo wir liegen meistens. Und Waffen und so Kram. Eben. Ich stehe auf Waffen und so Kram. Eben. Der nervt. Da kommt ein Gefangenentransporter. Warte mal. Nein. Wir werden Trepper versteckt. Da ist ne Geisel. Scheißchen Kleister. Er hat sie leider noch erwischt, bevor ich... Mh, der Geisel erwischt? Ja, bevor ich helfen konnte. Also er hat die Geisel erwischt, nicht ich. Er hat die gerade gehört. Gangster, Bolber, Bandit. Da kommt noch der. Aber ist kein Böser, oder? Den haben wir. Mh, perfekt. Mach kaputt, den LKW. Ich nehm sein Gewer mit. Das auch, wenn's besser ist als deins. Ich hab ja noch einen Waffenplatz frei. Ach so. Ähm. Oh, leu. Ich hab' noch 60 Schuss. Die muss aber explodieren. Okay. Reicht nicht. Wo? Hm? Reicht nicht. Nein, egal. Egal. Wir wollten ja sowieso... Ja. Lass uns ja nicht ablenken. Nee, ich hab' jetzt das gleiche Gewehr wie du. Ja, dieses Scharfschützen-Dingensgewehr, ne? Ja. So, lesen. Die Sekte hat am Wasser herum gedockt hat. Ich habe mich selbst eingeschlossen, um sie aufzuhalten. Diese Tür kriegen sie von außen niemals auf. Okay. Schlossknacker. Schieße auf das Schloss. Genau. Aber nicht von hier. Sondern, wenn ich mich nicht irre, ist der Trick von der anderen Seite... Da ist auch ein Waffenhändler. Genau. Ähm, du hast ein Scharfschützen-Gewehr, ne? Ja. Dann komm mal mit mich mit. Ja. Ich hab' den Rucksack mitgenommen. Ja. Du hast den Rücken... Das find' ich gut. Ich hab' drüben grade... Die Tür aufgeschossen? Ja. Jetzt kommt ein Heli. Ähm. Das wär' ja mal ein guter Moment. Genau das! Ah! M60! Ja! Was denn? Das ist der M60, ist mein Lieblingsgewehr. Also von den Gebieten. Möchtest du ja auch. Ja. Dann, ähm, wieder rüber. Ja, genau. Oh, Mist. Da drüben stehen, glaub' ich, Peggys rum. Ja. Na ja, Boomer auf den einen gehetzt. Hm. Mhm. Ich hab' da drüben... sehr guter schuss so ich glaube viel mehr gibt es hier nicht einer sitzt noch vor der tür du hast ihn links von uns ja auch sehr gut wir sind der dreamteam ja normal es könnte so das sein immer die Tür auf ja ja geschafft genau jetzt nehmen wir das mal alles mit und machen dann ein bino konto was ist das von hinten da kommen peggy's von draußen ich sag mal hallo hallo komm ich doch mit nächste prepper versteckt das sollten wir als nächstes machen ok wo ist das habe ich markiert oh dann kommen wir auch an dem silo vorbei das ist praktisch ach da hinten ja dann löse genau machen wir den silo jetzt erst ähm wo bist du da machen wir eben den silo platt ich habe zehn schoss sollte reichen die sehe ich ja nicht ja aber ich äh ach hier guck mal ja krass ja gut das kann ich nicht die sehe ich ja nicht ja aber ich ach hier guck mal nach gaiseliten hallo unfassbar dass die sekte mich so erwischen konnte ja krass ja gut hey kumpel immer noch da hm das kann ich nicht gendern will ich auch nicht nö nö